Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Nein. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Nein. Hören Sie den Beschuss nicht? Das ist ich hier. Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Jetzt geht es um Leben und Tod. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ich habe entschieden, nicht die Absicht, hier in Berlin zu sterben. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffe vom Führer sofort aufhängen. Überleg sie, ich rufe wieder an. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steht fünf Kilometer vom Strecke und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn.